guten morgen guten morgen guten morgen am sonntag ich grüße euch so wir haben gut geschlafen am 6 war die nacht vorbei ja wir starten in den tag heute ist unser versorgungstag wir haben gesagt wir fahren am wochenende einkaufen weil es da uslig wird schaut euch an das wetter ist wirklich bescheiden gestern war auch ein regentag angeblich dafür hatten wir hatten aber wirklich absolut herrlichstes wetter gestern will mich nicht beschweren war ich echt froh drum und gestern haben wir euch ja nicht mitgenommen gestern unseren tag auszeit wo ich kurz erzählen was wir gemacht haben viel gemacht wenn man später genossen jetzt ich weiß los hast du geburtstag vorgestern er sagt heute immer noch geburtstag ja wir haben eigentlich nicht viel gemacht wir haben draußen ein bisschen gerödelt bisschen die sonne genossen was haben wir gestern gemacht ich habe schon mal den draht geschnitten für die betonverschalung den wohnwagen aufgeräumt das auto habe ich ausgesaugt die mama hat hier essen gekocht schon mal für heute heute gibt es erdnuss fändchen wieder mit reis dann hat sie einen aufstrich gemacht ich habe aufstrich gemacht die küche aufgeräumt wäsche gemacht also gibt üblichen wahnsinn hat er sich geholt vom tisch mensch du bist du bist du bist ein verbrecher genau du hast essen gekriegt du hast doch gerade essen gekriegt der ist ein schlawiner ist er der ist hier ich weiß nicht wie der so hoch kommt immer die liegt von lippe hat noch ein bisschen salzstangen rum und spielzeugen weiß nicht wie er das pizzastück gekriegt hat hat gerade frühstücke gekriegt hier steht dann guckt mich anders wenn ich im ohr abgebissen hätte der opfer 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 nicht opfer opfer ja ja ansonsten eigentlich nicht so viel gemacht gemäht haben wir schon alles ja das sieht richtig schön jetzt so ausgesenzt und der regentag heute der tut sein übriges dass das übermorgen wieder doppelt so hoch ist naja dann können sie ändern da müssen wir halt noch mal sensen ja heute fahren wir nach slowenien dann machen wir uns jetzt soweit fertig schon mal langsam hätte ich habe nicht zu essen für dich lustig rum wie falsch geld machen wir uns gleich brote und erbsen aufstrich gemacht ist jetzt naja nicht so besser als der letzte aber die leberwurst schmeckt uns am besten diese feldsart und ja mal gucken werde ich wohl das nächste mal wieder machen dann habe ich haben wir gestern pizza gemacht und pietas haben wir gemacht die mama die hat sie noch weggepackt habe ich gestern noch überlegt soll man die nicht wegpacken sonst werden die ganz hart und dröge aber hat sie gemacht hat sie dran gedacht super mit hier der sauberteig von der mutli ich glaube ich wollte backen nennt sie euch heute mit auf glaube ich in dem food diary ja sonst habe ich ja schon gesagt gibt es heute zu essen aber mal gestern gekocht erdnuss fännchen steht hier ist groß von gestern noch und ja wir machen jetzt hier klar schiff wir räumen jetzt hier auf dann machen wir uns brot und dann geht es nach so wenig einkaufen bei dem wetter da ist ja nicht weit von hier knappe stunde sind wir da und da kriegen wir ein paar andere sachen als den salager säcken wenn wir da einmal einkaufen wollen zum beispiel grissini kaufen das kriegen wir im euro spin das sind so italienische gebäckteilchen so kekse sind das also ein trockenbrot ich weiß nicht wie man das grissini ist halt müsst ihr mal googeln mit schänzchen drin ist die mama ganz gerne und die kinder auch dann wollen wir ja üblichen scheiß halt holen was wenn man so auf die liste schreiben bananen salat was haben wir ohne steht mit drauf rotmull kartoffeln zwiebeln knoblauch pilze aubergine wir machen nämlich die woche jetzt morgen noch mal reste am dienst haben wir die wurste pfanne das war früher so ein gericht mit bratwurst und hackfleisch das haben wir jetzt abgeändert kommt da kitten den boden mit rein und zigeunersoße und braten soße das ist immer ganz lecker steht glaube ich sogar kochtopf ach im kochtopf im ersten kochbuch von unten drin dann wollen wir so eine trüffelpaste holen ins lubeni kriegen wir nur da in lidl der hat uns ganz gut geschmeckt wollten wir so eine nudeltrüffel rahmsoße machen mit pilze hatte ich am mittwoch geplant am donnerstag gibt es dann eher mal ein aubergine pot alles in einem damstag gibt es kohlpfanne das wird dann aufgeteuer das haben wir noch da und sonntag gibt es pfannenpizza dann cashew haben wir noch aufgeschrieben morgen ein bisschen veganen käse und taralli aus dem gerade besagten eurospin ja so ist der plan so ist der fahrplan für die woche dann wollen wir die woche auch noch betonieren dann müssen wir mal gucken wahrscheinlich morgen gehe ich mal von aus das heißt wir würden heute wenn es trocken wird noch das geflecht basteln ansonsten würde ich das morgen früh direkt basteln das drahtgeflecht und dann betonieren dauert ja auch nur drei stunden haben wir das ja auch betoniert davor noch mal die schlau nehmen und die schubkarre dabei da haben wir schon den guten tipp bekommen von euch dass es doch viel einfacher ist an den kies zu schöpfen ja beton und zement er zement haben wir ja noch genug rettiert du sitzt da wie ein pudding ehrlich du hast gerade futter gekriegt von der levy auch von der mama das wird morgen schon wieder über eine stunde geschneuzelt dann wurde der trocken gemacht weil es am liebsten jetzt halt dass ich mich jetzt zu ihm lege würde ich auch gerne machen aber wir haben ja genug zu tun hier ja ansonsten werden vorbereiten die woche noch die reise geht bald los ja aber ich nehme euch bitte mit dem betonieren morgen natürlich auch ich glaube das ist einfachste haben heute nicht das ganze drahtgesteckel da liegen stolpert meiner schlau drüber wenn das gebunden ist dann der so scharfe kann von dem draht da ist es auch nicht so schön wenn man da reintritt eher weniger ich habe mich ja auch hier aufgeratscht nicht dran lang geschraubt aber das hat es halb so wild gutes heilfleisch das sieht ja wieder ganz gut aus ja noch mal ihren wochenplan auge der tagesplan dauerteig wo zu machen einkaufen wo toll was heute machen mit den einkäufen instagram blablabla weiß ich auch nicht hier mit hier ist aber auch nicht so viel zu tun nachher ab und zu machen lustiges bildchen von mir da ist übrigens auch herr bernd aber gut siehst du meine welt ja gut ihr lieben so starten wir den tag wir trinken jetzt noch einen kaffee und dann können wir frühstück machen und dann singen wir liedchen und dann geht's los so langsam wenn ich euch immer wieder mit ihr hört es geht los mit dem gesang la 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 ja wir sind in lindaba jetzt angekommen die zielführung startet jetzt mit der straße für 3,6 kilometer ja jetzt fahren wieder zurück nach salajasek kaufen dann da ein ja ich weiß lachs ruhig wir hätten uns schlau machen sollen haben wir aber nicht wir dachten dass sie offen haben sieht man wie wir uns schon dran gewöhnt haben ja wie völlig normal das ist naja haben wir einen schönen ausflug gehabt im regen ob wir jetzt im haus sitzen im regen oder im auto gibt es aber keine grissinis schade schade naja wie gesagt jetzt sind wir auf dem weg nach salajasek eine stunde noch mal 54 minuten es ist ganz so weit ist in unserem haus auf geht's finally sind wir jetzt in naci kanetzer gelandet ja wir mussten halt den obi noch was braucht für den zaun und dann haben wir da kommen scheiß drauf wir sind eh gerade unterwegs sind bald ein bisschen länger gefahren und ähm ja sind wir aber fertig und jetzt Lidl Baumarkt und dm sparrunde sehr warm wieder jetzt endlich ist die sonne da der himmellacht und jetzt geht's ab wieder zurück zum haus und dann erstmal essen ich hab mit einer ich hab seit tagen bock auf energy ich weiß nicht warum ich hab mal so einen Kong geholt hier Kong strong naja nicht so geil wie normaler Red Bull aber für 50 Cent kann man nicht meckern so wir brechen mal auf und ich melde mich dann gleich wieder wir sind mal wieder angekommen und direkt nast so ich setze jetzt ein Kilo Reis auf ähm die Mama hat ja gestern schon gekocht und so brauchen wir jetzt noch Reis kochen mach jetzt ein Kilo jetzt schmeiße ich jetzt auf den Ofen und dann können wir gleich mal schmausen bevor die Mama haulen kann nicht an oh Basmati Reis der letzte der letzte Basmati Reis Mama wir haben 5 Kilo noch groß ach den großen haben wir ja auch noch ja genau wieviel soll ich machen Kilo was meinst du jetzt schmeißen wir jetzt mal drauf dann packen wir gleich aus und dann können wir jetzt mal puttern in Ruhe und äh dann mal gucken was wir heute noch für schönes machen das ist wieder gesättigt haben wir jetzt halb vier und haben uns jetzt entschieden heute nichts mehr zu machen wir haben ja noch Farbe geholt haben wir im Baumarkt in Ovi waren wir in Naciikanica hauptsächlich wegen der Lasur für den Zaun da wollten wir noch streichen bevor wir jetzt abhauen wir fahren ja jetzt die Tage fahren wir ja wieder weg für eine Zeit und da wollten wir halt den Zaun austreichen und da haben wir uns zwei große Eimer mitgenommen und ähm deswegen haben wir um mich gemacht meine Güte das ist so doof weil ich hätte echt schwören können in Slowenien dass wir da einkaufen können heute naja was viel ernährt man so ist das im Leben ne ja ja ansonsten würden wir heute nichts mehr machen glaube ich ne ich würde gerne aber ich helfe jetzt trinken und der Etti war grad baden und sieht aus wie ein Schweineiger mhm dann war da am Buddel nämlich hinterm Betonkiesberg er sagt da sind Wühlmäuse zu Hause man hat da zu spät leider gemerkt dass wir hier draußen am Essen waren in der Hängematte und deswegen ist er jetzt erst gekommen hat er noch gebadet sind seine Vogeltränke er sagt er ist keine Vogeltränke das ist eine Ettentränke deswegen ist das seine Badewanne da machen wir auch mal frisches Wasser rein aber jetzt gibt es erst noch ein Käffchen ganz in Ruhe dann wenn die Mama gleich geholtert hat dann verräume ich die ganzen Sachen noch ähm die Farbe wollte ich auch verräumen da habe ich noch Handschuhe mitgenommen für morgen extra wasserdichte wenn wir hier Beton glatt ziehen dann haben wir eine Kelle haben wir zwei Kellen haben wir und so eine äh große Schippe habe ich mir noch geholt die ist eigentlich für andere Sachen ich weiß nicht wofür die ist aber die habe ich mir geholt für den Betoninhalt in kleinen Portionen hin zu klatschen irgendwo ja morgen früh fangen wir damit an mit dem Draht hier zu flechten und zu bauen für für das Betonieren dann werden wir die Verschalung bauen relativ zeit dann kommen wir ja Dachpappen ans Holz damit die halt ähm nicht mit einbetoniert werden haben wir einen guten Tipp bekommen von einem lieben Zuschauer und ja dann werden wir morgen hoffentlich alles fertig betonieren ja gehe ich mal von aus wir können das ja nicht lassen dann für übermorgen ja aber in Summe ist das glaube ich weniger als die große Stufe weil die ja auch viel höher ist wahr ja ja und dann kann das schön durchtrocknen dann werden wir wahrscheinlich ähm 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 Ende des Jahres hier Fliesen legen hin zu dem wie das Bett dann ist ja so sieht es aus nochmal hat gestern den Bein schon da ähm zurecht geschnitten und geflochten war der war so am Schießen und am Rauswuchern haben wir klein gemacht nächste Woche wollte ich noch hinterm Haus senzen ähm hab ich mir vorgenommen da hinten wollte ich auch noch einmal grob durchgehen dass das gröbste da weg ist und ja ansonsten geht's dann nächste Woche schon los mit Packen wieder Frauenwagen vorbereiten ja wir freuen uns ne so langsam juckt es dann wieder im Popo zu reisen ja aber ihr seid wieder natürlich dabei aber jetzt gibt es erstmal Käffchen Pauschen nochmal gucken ich hab schon gesagt heute machen wir nicht mal viel ne haulen, verräumen alles, aufräumen und dann ist der Tag schon wieder gedroppt ne oder hast du noch irgendwas vor heute nicht ja gut ihr Lieben wir chillen mal noch ein bisschen und wenn wir noch was lustiges machen oder was einfüllen werde ich mich dann gleich nochmal rein ansonsten mache ich nochmal nachher ein Abschluss und Resümee vom Tag so ja da hinten wird die Eti Badewanne nochmal voll gemacht und die haben wir auch schon ein bisschen aufgeräumt jetzt zeig ich euch mal den Stahl da fangen wir morgen früh erst mit an habe ich schon alles zurecht geschnitten also die zum Binden die ähm ja den Draht quasi und hier liegt die Reben die wir da verbetonieren werden morgen das sind 60 Stück ich hätte gesagt oi die haben wir auch schon abgedeckt Eti, was hast du da? Eti, aus! was hast du da? ja dein Knochen okay nimm dir mit dein Knochen ich dachte jetzt wieder ein Schmili von der Livia ja ich zeig dir das und ich wollte noch mal kurz gucken wir haben uns letztes Jahr ein paar Feigenbäumchen geholt aber irgendwie ach der kommt der kommt der kommt da unten ja da wird die Mama sich aber freuen da ist das Lebensbäumchen das kommt auch schön ja sehr schön jetzt zeig ich euch mal ganz kurz die Abschnitte die ich schon gemacht hab hier haben wir auch schon soweit alles aufgeräumt wir den Zaun machen übermorgen haben wir uns überlegt die Kerle ist am saubermacht das spritzt er gerne mit dem Rathenschlauch so hier hab ich die Drahtdinger zugeschnitten wo morgen Binnen werden mit jetzt erzähle ich mir mal die frohe Kunde Mama ja guck mal mit ich hab was ganz tolles entdeckt das wird dich arg freuen eine Million eine Million liegt hier auf dem Grundstück eine Krügerrandmünze du bist auch so eine Krügerrandmünze da wird dich ganz arg freuen wird dich das guck mal hier eine A-A-Wurst vom Smurfy und wie den haben wir schon begraben wir wollten heute schon neue holen und ich hab gerade hier ein bisschen Unkraut gemacht und dann geguckt von unten oh schön dann lass hinten gucken ob der auch kommt ab nach hinten gucken ob hinten auch was kommt oh ja sehr schön ja sehr schön die wird schön blühen dann sind wir aber nicht da glaube ich ne man weiß es nicht außer ein Haselnussbaum der wird nicht mehr blühen da sind wir drüber gesenzt mit dem Rasenmäher ja wir gehen mal weiter Bäumekückchen da hinten zur anderen Feige ob die auch so feige ist und dann war es das für heute glaube ich da ist der Wein der ist auch am Ballern ohne Ende und da sind die anderen Bäumchen das wäre hier glaube ich Bier ne oh die Vögel Etti fangen sie hol sie die Vögel oh kriegst du alle der Etti Etti von Ochsenfrosch ne 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 die Feige ist Feige ja mal gucken da ne da nicht aber einer das ist ja schon mal was ne ja und hier habe ich den anderen Strauch entdeckt was hast du da entdeckt ne hier haben wir irgendwas weggesetzt ja ich weiß das ist entweder Stachelbeere oder Johannisbeere hier war noch irgendwo einer ja wie ist das was denn der kommt sogar ja ja na guck dann mach einen Pfahl rein mach mal dann Pfahl bitte rein ja dass wir das wissen beim nächsten Mal da auch bei dem bitte bei dem ich guck mal eben hier ob hier was kommt ja ich hab schon geguckt aber naja wir gucken mal wir hauen ein paar Fehler rein und dann machen wir Feierabend der Ätti liegt da im Gras guck mal der genießt das richtig auf seiner Wiese und dann war es das für heute ihr Lieben an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden für heute morgen wird betoniert dann nehme ich euch mit werde ich euch zeigen wie schön wir das machen oder auch nicht würde mich freuen wenn ich euch wieder mitnehmen darf wünsche euch gleich viel Spaß bei der Michaela und ja passt auf euch auf einen wundervollen Abend noch wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische tschüss tschüss